Im Allgäu fand 2010 das Herr-der-Ringe-Sommerlager unter der Führung von Wolfgang Rudolf statt. Mit dabei waren Sippen aus Marktbreit, Ehlenbach und drei Sippen des Regionaltrupp Allgäu. Es war ein Lager voller außergewöhnlicher Ideen und Umsetzung. Hier zum Beispiel errichteten wir einen Staudamm und schuften mit Platz für eine optimale Badestelle. Kurz gesagt, es war ein Lager voller Harmonie. Und Spaß. Leider spielte uns dieses Jahr das Wetter nicht immer einen guten Freund. Doch selbst davon lässt sich kein Pfadfinder unterkriegen. Denn wir sind... Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020